Du hast überall kappelt, da war fix schon irgendwer, nicht wir, hundertprozentig nicht wir. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Bugner. Hallo! Letzte Folge haben wir die Diamanten gefunden und wir schauen nochmal zu lesen und was. Ja passt. Ja. 3, 2, 1, go! Und wenn sie nicht da sind, was machen wir dann? Dann war das die wieder. Sie sind noch da. Easy. Ja, verzauern gehen wir jetzt, gell? Schau mal bei euch mal bitte, du schmackst noch mal. Und das können wir schon mal. Ja, warte für die oben. Nur effizient. Perfekt. Gold-Oil soll sich cool aus an. Ja. 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 Hey guck ich dir, Luck existiert nicht, er hat gesandelt an nur Zeit und nur Levels. Ich hab das verborgen. Hau auf, ich hab das verborgen. Dann schmeißt du ein Moral Don't Pass ab, wenn du morst. Ja, existiert Luck überhaupt. Ich bin normal schon. Ja, gleich hab ich keine Levels mehr, wenn wir so weiter machen. Nee, kein Level mehr, dann pass ab. Hey Lore, warum geht das nicht? Achso, na warte, hab ich schon verzaubert. Hat mich grad nicht so ausgefragt. Ja, genau. Wie pass jetzt ab? Ja, bau auf alle, das hilft dir nix. Der ist komplett der Bullshit da. Der wird zwei Millionen auf den Spitzhacken, also. Ja, Hau, ey. Was meinst du? Verzaubert auch noch. Was machst du jetzt noch? Was machst du mit dir auf dir? Wo sind die da? Ja, willst du nicht. Sind die da auf dir Höhe? Ah, dir. Lass uns nicht die Stadt hoch. Nein, warte mal. Ja, vielleicht hast du Frust. Ja, vielleicht hast du Frust. Ich mach mal jetzt, geh dir, geh dir Frust, gell. Ja. Wollen wir erst? Ja, ich mach schon. Schon wieder dir als Punkt. Echt? Genau, drei Meter weiter. Ja, geil. Und schon wieder ein Emoralken jetzt. Und? Ja, Hau, zwei. Hau, zwei. Hau, drei. Ja, ist mir zu gut. Hau, drei. Ja, okay. Dann kann ich mich weghauen. Mhm. Hey, Alter, du hast dann dir liegen lassen? Gut. Ja. Warte. Läuft bei dir. Kannst du das jetzt mal sehen? Was haben wir alles weg? Für das bist du ja. Hier ein Kabel. Ich kann ja auch so ein Kabel. Ja, ja. Ja, die Eisenbrust brauchst du nicht. So für Eisenstörer brauchst du nicht. Ja, du hast die Zeichen brauchst. Doch, doch. Ja, ja, ja. Sonst craftest du eh wieder nahe, wenn drei Eisen. Ah, ich hab die Schlucht gefunden. Genau. Und das ist was? Du hast eine verzauerte Axt. Und was benutzt du Hulz-Axt? Äh, du oder der Hulz-Axt? Ah, Starr-Axt. Und du hast eine Eisen-Axt. Wo benutzt ihr Starr-Axt? Das ist das vierte, oder? Das ist eine Starr-Axt, oder? Ja. Und? Du hast da eine Eisen-Axt. Hau ich. Verzauberte. So ein Puls passt da. Ja. Ja. Ein Rängel-Amerald-Puls-Hopper. Ja, die. Das warmelt, das warmelt eh nicht. Äh, gut? I'm gut, ja. Ja, warmt, ja. Das ist der Wann-A-B-Facker nicht. Aber ich hab noch nie so viele Emeralds gesehen wie in der Lage. In der Lage. I take fun. Oh, sorry. Ich finde auch eine Emerald. Ja, das hab ich gesagt. Aber man findet immer noch eins, glaube ich. Ja. Oh, lieber. Ist mir eigentlich egal. Ja, was? Da finde ich ja höchstens eh noch Gold auf der Höhe. Und immer was. Ja, naja. Die Jus kann ja nicht nur auf der Elf sein. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Ja, wahrscheinlich ist es schon. Ja, wahrscheinlich ist es schon. Ja, wahrscheinlich ist es schon. Ja, ich bin halt eine Freude Elf, oder? Was machen denn? Der brachte mich schon Gold. Das findet mir eine Freude Elf auch nicht gut. Ja. Ich gucke bis die Schluchtschaub kam. Ja. Die eine Richtung schon ab. Ich glaube ich habe die zweite Mal. Ja, da haben wir eine Leben verloren, Leute. Das ist... Und? Da hat er es gesagt. Da hat er es gemacht. Du versperst es, ne? Ich habe es von einem Leben gekriegt. Nicht von einem Halm, Leute. Ich hoffe das sind... Ja, ja. Die Licht ist auch mal geil. Ja, so lange es dich nicht schützt. Ja, so lange es dich nicht schützt. Ich glaube ich habe ja veröffentlicht. Wie scharf alles, ne? Ja, man... Man... Vertraut einfach der... Was soll ich überhaupt? Gedanklichen Word. Ich war ja richtig veröffentlicht. Wie immer. Kannst du so... Nebelöses Phänomen? In Entschuldigung. Ich will es doch verstehen. Ja... Schöner Bier, glaube ich. Ja, ich... Find da mal wieder Bier. Es geht. Es wird schon eine Zeit. Ja, wie viele jemanden haben wir jetzt eigentlich? Ja, eben 22. 22. 22 kraft ich immer vom Bier. Weißt du? Ja, Philipp, schau dir das so schön aus. Ich hätte dir... Ja, machen wir mal. Aber nein, dann ist es stark dunkel. Ich habe ja den scheiß Bug. Nein. Ja, da... Leute spielen mit... Gamma. Ja, Gamma 10 dran. Dann hast du keine Dunkelheit mehr. Aber das finde ich gut für mich leider nicht. So, okay. Guck, wo bist du? Was machst du eigentlich bald? Wow, für Lara. Schill. Schill dir noch. Ja, aber Gold App wären auch mal was. Lässt du, okay? Ich mag dich schon, wenn du sagst. Ich will den Ding an die nächste Folge. Ja, immer rollen. Ja, okay. Oh, das sieht halt leider nicht. Ist ja... Ihr könnt nicht facken machen. Seine Sticks. Das ist kein Holz, oder? Ja, sehr geil. Habe ich schon vor 5 Minuten gesagt. Hast du das ganze Holz versagt? Ich guck jetzt, du hast das ganze Holz immer abgebaut. Ich hab' mir eben nie Holz gehabt. Ich sag mal nicht, ich hab' mir... Du hast das ganze Holz. Ich baue mich gleich durch auf die Leute und geh' Holz fangen. Ja. Ich hab's mal Pisten, du. Ich bin bei der Schlucht ganz der Vorgang. Ich mag das jetzt gut. Ich hab' die Schuhe kurz. Ja. Ja, Schuhe ist auch nicht das Beste, aber... Wir brauchen sowieso von dir. Also, immer nur so sowieso. Wo, wo kannst du die Farbe gehen? Achso, auf die Farbe. Nennst du dich, wie man? Ja, ich bin jetzt nicht. Da, du rennst riesig. Ja. Ja, guck ich... Oh, wieder mal die Lava-Leiche offen lassen. Ja, jetzt Licht. Licht, Licht, Licht. Achso schon. Nein, das ist eine gute Idee. Das mach' ich auch nicht. Ja, ja, ja. Hast du einen Profi auch gescheitzt? Mit dem... dir auch mit dem Inventarlernen noch einmal. So, jetzt hat der Kucki die ganzen Workspanschen. Und geschmeißt das auf den Hund? Ja, weiß man nicht. Ja, ja, wir haben das richtig. Ja, ich brauche jetzt mal die Lava-Rüst. Geil? Baust du ein Chanting-Table? Ja, ja, braucht er. Können wir gleich so verzaubern? Ja, gell. Ja, sicher. Protection-Hands immer. Aber nur Protection-Hands. Nur Protection-Hands. Kannst du mit Tierschwerter machen? Oder Prop 2, wenn es gilt halt. Ja, kann man machen. Ja. Ah, Tierschwerter machen? Ja. Oh, du gehst auf Iron-Schwert, wie es Rude macht. Weil das ist Fire-Spec. Fire-Spec 1 oder 2 und Schärfe 3. Iron-Schwert ist saugut. Aber ich hab gesagt, zur Zeit kennen wir eigentlich beide mit Iron-Schwert. Ah, mit... Wie schärfe Schwert. Wie schärfe Schwert. Wie schärfe Schwert. Wie schärfe Schmerzen. Wie schärfe Schmerzen. So, dann hab ich gerne Kroh über halber. So, dann hab ich in die Spitzhaken. So, dann habe ich woher Spitzhaken. Nein. Ich hab da geißene Nebel hier und dann mache ich wieder alles. Ja. Ja, du durst alles ob es nicht braucht. Wir müssen gleich hinbeißen. Da unten liegen Verzauerte Spitzhaken, oder? Was ist denn das für Ewarrum? Ja Alex, du machst Verzauern Gottes T-Shirt. Den brauchst du auch noch? Ja, ich zuhause, gell? Ja, mach 2 Schärfe, 1 Schwerter bitte Machen wir es dann Irgendwas, Wasser Detection Detection Legst 3x ein, ich kriegst 3x 4x 1 Alles ist gut Alles richtig gemacht, oder? Protection 1 ist immer gell Ja, manche stehen halt auf Aquarennen oder auf Better Fall Aber wir hupfen nirgends oben Wir rennen nicht im Wasser Hat irgendwie so Es ist ein Surafish da Ach, zugell Halt war gar keiner Ja, eigentlich passiert jetzt noch was cooles in der Folge Ja, Surafish da Hast du schon Dio Schwerter? Nein Hast du den Zauernstisch mitgenommen? Ja Hast du ihn mitgenommen? Ja, warte Warte, warte Da irgendwo war ja Ding Ja, was sind wir großartig machen? Ähm, jetzt haben wir eh fast vor dir Ja, ein paar Dias noch Ein, zwei Spass noch Ja, dann haben wir eh schon geschafft Ja Ja, dann brauchst du nicht mehr verzauern Und Bücher sammeln Wir sind ja erst in der vierten Folge Das ist ja praktisch Das ist immer Weil wir sind beide fast schon vor dir Das ist ja im Team noch bei so was Ja, wir fallen originalen und zwei Tiemann Für Schuhe Ja Ja Der AX fällt noch die Hosen und Helm Und Da hätte noch gar keinen Dier machen zu uns Nein Hey, da muss ich irgendwo die Wasserehöhle fallen Ja, wahrscheinlich da oben Also, jetzt muss ich auch auf Alp, oder? Ja, ich weiß es ja Die Höhle ist nicht so schlecht Ja, ich weiß es Ja, komm schon durch aber Ja, ich weiß es nicht 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 Hey, guck wie da sind Kabel-Stone-Blöcke Ich freue mich aber Guck mich da schon Aber Lava ist ja Kabel Mit der Lauf Du hast überall Kabel Da war fix schon irgendwer Nicht dir Hundertprozentig nicht wir Das sind Gerücht Weil da war auch ein Kabel schon direkt durch aufgebaut Ja, dann ist das schon als Glut Ja, dann ist das schon als Glut Du hast einfach zubaut und weitergemacht Ja, ich hab nichts gesehen Ich hab sogar professionell mit Torrid dazugemacht Ich muss da mal kurz vorbei Ja, ich muss da mal kurz vorbei Ja, wegen der Verzaugung wollen wir eine Höhle machen, genau Was? Also wegen Verzaugung werden wir noch eine Höhle gehen, ne? Ja, sicher Ja, aber Verzaugung ist halt mit Büchern auch geil, gell Aber wir haben... Ja, aber Höhle, Verzaugung wegen Lava Ja, sicher Aber Bücher wären cool Ja, und Dias was ist eh Wenn du umso mehr Dias, Schwerte machen kannst Umso höher ist Shared Level Außer mit Büchern Außer mit Büchern Ja, Bücher oder Dias Ja, was ist besser? Ja, aber wenn man... Wenn man... Wenn man Sauf in Zubu anfindet, ist das kein Problem Ja Dann brauchen wir dann nur mal in der Höhle, ähm... Levelfarm an Ja, ich weiß nicht Ah, ich verschwende fast unser letztes Wuchs, gell Wir verrasten nach Ja, Axe, du Koch holt's mehr Axe, wo baust'n du schon wieder? Ja, links vorbei. Da war Graeber und hat sich gescheit abhauen. Oh, kriegst du einfach mal Falken. Falken? Danke. Geil, ich bin da wieder vorgestellt. Redstone, Redstone. Aber es ist eben wieder so schön. Nein Redstone, wir müssen ein paar Fallen bauen. Wenn wir Höhle anfangen. Nein, es war besser. Fallen müssen nicht saugell sein, Alter. Wir müssen mit einer Falle nur einen killen. Fallen machen wär schon geil, muss ich zugehen. Sonst nix zu tun. Ey, der Stevia gemeint, der würde ihn nicht machen. Aber ich würde jetzt nicht so viel spoilern. Nein, nein. Ich sag ja nicht, wenn ich jetzt die ganzen Fallen Ideen erzähle, dann sind ja alle schon vorbereitet. Das kann ich ja nicht machen. Ja gut, habe ich nicht. Was dumm ist denn gerade die ganze Zeit? Ja, es ist Unwetter draußen. Aber ein Ding. Ja, das hat ich mal gefangen. Ich hab einen Bolten gefunden. Ey, ein Modios noch wäre ziemlich fresh. Bevor mein Spitzargel hin ist. Ich hab einen Boltengeister. Also ich bin jetzt schon wieder gefangen. Das gibts ja nicht, Alter. Ja, jetzt kommst du vielleicht wieder her zu mir. Warum denn? Wenn du was mitmachst, dann hast du es ja beim Auslacken Aber schön Was ist denn das gewesen? Da müssen wir niemals ziehen Ja, er meint mit Cobblestone zu machen, ist so unprofessionell Ja, dann komm ich zum Dozier und mach mit DoorRide bei DoorRide zu Wenn er jetzt noch sagt, dass es unprofessionell ist, Leute Minecraft verstecken, bla bla Hey, da drin findet uns wirklich keiner Alles klar Ja, danke fürs Zuschauen Falls dir die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben Und ein Abo, damit du nichts mehr verpasst Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss